Hallihallo und recht herzlich willkommen zurück zu Madden NFL 20. Jawohl, wir spielen heute weiter bei den Club Championships. Wir spielen heute gegen die Dallas Cowboys. Letzte Folge haben wir Russell and Fumble Wilson kennengelernt von den Seahawks. Heute wollen wir den Cowboys ein paar Punkte abluchsen oder reindrücken. Mal schauen, wie uns das Ganze gelingt. Normal müsste meine Berechnungen nach nächste Woche, also nächste Woche Samstag, müsste eine neue Eventfolge kommen, dann zum Event von Thanksgiving. Da bin ich schon gespannt, welche Spiele übrigens rauskommen. Bin ich wirklich gespannt. Ja, und dann haben wir sowieso noch ganz viel vor uns. Ganz viele coole Sachen. Jetzt müssen wir schauen, was da alles noch so passiert. Aber macht euch gefasst, es wird was Cooles. Hallo und willkommen zu dieser Madden Ultimate Team Showdown. Ich bin dein Host, der Coach. Für diese nächsten Challenge müsst ihr alle Challenge-Gene, um den Win-Win zu bekommen. Ihr könnt die Geene, alle Zeit, aus dem Pause-Menü sehen. Hier ist der former Cornhusker, Brent Maher, um zu bekommen, um zu beginnen. Und auf wir gehen, in Madden Ultimate Team. Oh, gut. Kommen wir aber zumindest 31. Ich dachte, ich werde wirklich kommen. Weit gefehlt. Weit gefehlt. Strong Stretch. Wir fangen mit dem Spielzug an, der die letzten Male mit Abstand am besten funktioniert hat. First and Ten. Unfassbar, wie gut dieser Spielzug funktioniert. Oh, nein, 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 nein. Er läuft noch, er läuft noch, er läuft noch, er läuft noch, er läuft nicht mehr. Er läuft nicht mehr. Er läuft nicht mehr. Parallel-X-Smoke durch da. Austin Ekeler. Austin Ekeler. Da verlieren wir 2-Hertz. Lee ist da durchgebrochen. Und das hat uns ordentlich wehgetan. Uns hat so wehgetan, dass wir zu ähnlichem Spiel zu wiederversuchen. Und wieder ist alles frei. Oh, Gott. Nein, 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 nein. Oh, Mann. Wir müssen es probieren. Wir müssen es probieren. 2-Hertz und 3. Komm, 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 komm. Oh, boy. 7 Yards. Wow, 1st und goal. Und defensiv, all they can do is shake their heads. Not only did they allow the conversion, but a big time. Unfassbar guter Spielzug-Strong. Swatch Balance. 1st und 3. Parkour. Und it's our visitors with the football. As they go to work on a 1st and goal. Charger-Football, the startquarter number 2. As Ed Gordon will work in the end. For a Charger-Touchdown. Melvin Gordon. sehr schön 7 0 14 2nd Elliott, 25, Buxlein Show ist das was immer funktioniert bei uns stark gemacht 3rd and 2 da schaffen sie doch kacke noch nicht gut nickelblitz oh mein gott da ist alles so weit offen ohne probleme die funktioniert nicht gegen die jungs das Nein, der springt fünf. Das ging gar nicht, was wir gar gemacht haben, das war so dumm. Das war so dumm. Ich schmeißte weg. Jawoll, der ist mit King. Und mal hinten. Das Flieger können sie haben. Ich werde mit Everett nicht blocken. Okay, ich hätte blocken können. Oh. Wenn du da durchkommst, außen rumlaufen kannst. Das sieht gut aus. Ja, Michael Wick blocken nicht. Ja. Ja. Ich habe keinen Monitor. Ja. Reicht nicht mehr. Ich habe keine Auszeit mehr. Ich bin nicht so ganz zufrieden. Ja. 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 Hat ihn. Oh mein Gott, Alter. Fumble und diesmal haben wir ihn. Freddy Cox. In der Sekunde war es von Melvin Ingram. Yes. Oh, die blocken gut. Also Gordon haben sie jetzt, Gordon haben sie es glaube ich kapiert. Machen wir es jetzt mit aus den Ekeler. Zwei Yards wieder nur. First and ten. aus den ekeler jetzt hat schon jetzt wird es interessant es ist ein two score game für dallas und die haben nur noch drei minuten und 42 sekunden come on boys wo ist der kill elliott das ist nicht möglich das gibt es nicht das mit king hat es noch versucht und 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 Stuck. First down. Come on, boys. Come on, boys. We're not done yet. We're not done yet. First down. Now strong stretch and then we have it. First up run, outside handoff, strong stretch. So it's Charger football as we welcome you back from the two-minute warning. They've got it first in goal as a search for what could be a... Gordon will work his way in for a Charger touchdown. Melvin Gordon, his second touchdown of the afternoon. The Chargers, they're able to widen their lead. Well, it would be really easy to say that they are firmly in control right now, but I'm looking at your face and I'm thinking I've got to be careful with that. Well, it's a two-score game. You're inside of two minutes. I think you can breathe relatively easily now. Yeah, you can, but still, you gotta stay in the middle of the night. The Charger football game, that could put you in some jeopardy. Six- Chance hail. They must have to study. That's exciting, the game. Den Harder Nope Harder nicht Come on boys, immer noch 3rd und 10 Da haben wir noch 10 Yards Zum 1st Down für die Cowboys 4th und 10 Yes Xabian Howard Befreit ihn davon Der Gordon Der ist unfassbar Der ist in dem richtigen Blutrausch gerade gefüllt Und das merkt man Mit jedem Spielzug Ihr seht dieses Feurige X da drunter Und es ist ein Touchdown Und jetzt sollte es Damit gegessen sein, das Game Gut, der richtig guter Kick Come on boys Let's get him Da hängen 4 Leute hinten an I remember one time I was on a team And we were losing late in a game like this And you knew it was lost And the coach called a running play And pretty much Chargers able to get the pressure And bring him down Ready Cox Second on 18 Oh, Desmond King 4th and 1 ist das glaube ich jetzt 4th and 2 4th and 2 Xabian Howard Mit einem Pick 6 75 Yard Return In der letzten Sekunde Und jetzt schaut euch das an Die rammen sich um Und jetzt geht es nur noch eine Richtung Jetzt ist es nur noch eine Richtung Ja Den kriegt dann auch keiner mehr Den kriegt dann auch keiner mehr Boah, gerade noch Alter Das wäre der erste Block gewesen War ein gut von den Cowboys Aber 39, 10 So, und jetzt müssen sie einen Touchdown machen Aber es reicht eh nicht mehr Elliot wird sich hinknien Nein, würde er nicht Er verliert's Spiel ist aus 39, 10 Yes We did it We did it So Was kriegen wir diesmal Übrigens jetzt einen neuen Team of the Week Von den Chargers Mit viel Pack Or Quixel 9k Quixel Ne, nehmen wir 9k Quixel Ähm Was soll ich jetzt sagen Genau, es gibt einen neuen Chargers Team of the Week Mike Williams Aber der hat ja nur 84 Deswegen Keine Option für unsere Mannschaft Ähm Joa Dann würde ich sagen War es das für die heutige Folge Wir sehen uns nächste Folge Äh, nächste Woche wieder Und nächste Woche geht es glaube ich schon Um die nächsten Challenges Die wir ja haben Da haben wir nämlich auch einige vor der Tür stehen Und dann schauen wir mal Was hier so passiert Ab Montag Denn wir haben hier ja noch Insgesamt Komplitte 11 11 Challenges So aus Die sind schon draußen Nein, sind sie nicht Weil ich gerade sage, haben sie nur frei gespielt Ähm Genau Und dann schauen wir mal Was da passiert Ich bedanke mich vielmals fürs Zuschauen Sage Charmed V Nächste Woche haben wir noch eine Eventfolge Ähm Genau Ich verabschiede mich Sagt Charmed V Und wir machen uns am weiteren auf den Weg Zu unserem Zu unserer Raiders Legend 89 bis 91 Overall Bis dann Charmed V Bis dann